Der Göffel. Unendliche Vielseitigkeit. Doch was ist ein Göffel? Begeben wir uns zurück auf eine Reise zu den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Die Industrialisierung ist im vollen Gange und Menschen auf der ganzen Welt erfinden täglich Dinge, um sich das Leben zu vereinfachen. Auch wenn man munkelt, dass fast zur gleichen Zeit im fernen Amerika ein ähnliches Göffel-Instrument erfunden wurde. So sagt die Legende, dass der deutsche Künstler und Erfinder Christian Schnabel verzweifelt nach einem besseren Weg suchte. Jedermanns Lieblingsspeise, den Eintopf mit Würstchen zu essen. So kombinierte er die Form eines Löffels mit den Zacken einer Gabel und tada! Der Göffel. Zunächst von vielen belächelt, fand der Göffel im Laufe der Zeit seinen Weg in viele Haushalte und Kindergärten dieser Welt. Und nun, im Jahre 2019, findet der Göffel zu bislang unerreichter Berühmtheit. Er heißt Forky und kommt im August zum ersten Mal auf die große Leinwand. Diesen Göffel gibt es nur in A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Ab 15.08. im Kino.